Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Am heutigen Mittwoch gibt es bei uns auf Schalke immer wieder einiges zu besprechen. Wir blicken auf den Trainingsplatz, welche Spieler sind wieder fit und vor allem auch wie sieht es aus bei Assan, Uedraogo und Leo Greimel, sind vielleicht sogar beide eine Option für das Spiel gegen Hertha. Ansonsten gibt es einen exklusiven Bericht von der WATS, die darüber geschrieben hat, dass Schalke wohlmöglich eine Millionen Rückzahlung an die Stadt Gelsenkirchen tätigen muss und die Entscheidung darüber fällt am morgigen Donnerstag. Ein durchaus brisantes Thema. Brisant ist auch, dass Schalke im vergangenen Sommer gerne Fabian Reze haben wollte. Am Ende hat die ganze Geschichte aber aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und wir blicken auch nochmal darauf, was Karel Gerrerts in den nächsten Wochen im besten Falle schaffen sollte. Alles noch mehr haben wir somit hier heute auf Schalke Insights mit dabei. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Gestern begann ja die Trainingswoche auf Schalke wieder für unsere Spieler. Montag gab es noch den Ruhetag, weil wir diese Woche eine längere Woche haben durch das Spiel am Sonntag bei der Hertha. Und gestern ging es eben dann mit einer öffentlichen Trainingseinheit wieder los. Und wie auch bereits in den vergangenen Wochen kann sich Karel Gerrerts darüber freuen, dass der Trainingsplatz aktuell wirklich gut gefüllt ist. Denn zum ersten Mal seit der Saisonvorbereitung konnte auch Leo Greimel wieder eine komplette Trainingseinheit mit den Profis absolvieren. Greimel ist somit wieder zurück im Training und hat nach seinem Kreuzbandriss also gute acht Monate gebraucht, um diesen Schritt zu packen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine wirklich sehr, sehr gute Nachricht. Andreas Ernst hat gestern nochmal getweetet, dass er auch beim Trainingsspiel mit dabei ist und das auch wirklich sehr, sehr gut ausgesehen hat. Und damit hat Karel Gerrerts nun auch wieder eine Alternative mehr. Klar ist aber auch, dass natürlich auch bei Greimel jetzt erstmal geschaut werden muss, inwiefern das auch schon jetzt in den nächsten Spielen möglich sein wird zu helfen. Denn man wird natürlich dort auch vorsichtig sein. Also gegen Hertha wird das Spiel wohl möglich noch zu früh kommen. Denn der grundsätzliche Plan ist, dass Greimel dann nächste Woche Mittwoch beim FC Gütersloh seine ersten Spielminuten sammeln wird in dem Testspiel. Und dann ist eben natürlich die Möglichkeit da, im Saisonendspurt zu helfen und eben dann als Innenverteidiger, neben Karls Schalmberg, Kaminski, Matriciani, Baumgartel, Cissé, eben auch dann Schalke helfen zu können. Ich finde es auf jeden Fall erstmal schön, dass Greimel wieder mit dabei ist und hoffe echt, dass sein Körper das auch packen wird. Gestern nicht mit dabei waren wiederum Kenan Karaman und Brandon Soppi. Die beide seien leicht angeschlagen, hat Gerald Asamoah gegenüber der Watz erklärt, sollen aber heute auch schon wieder mit der Mannschaft trainieren. Auch Thomas Kalas trat gestern etwas kürzer, hat die Trainingseinheit vor dem Trainingsspiel auch eben dann beendet, hat dann noch ein paar Laufrunden gedreht, aber auch da war es auf jeden Fall nur eine minimale Vorsichtsmaßnahme. Ganz interessant ist natürlich auch immer dann der Blick auf die jungen Spiele, die mit dabei sind. Steven van der Stolz zum Beispiel war nicht mit dabei. Er hat nämlich bei der U23 mittrainiert, wo er eben auch dann am Freitag spielen soll. Ergänzt wurde das Training dann noch von Luca Potlich aus der U19 als vierter Torhüter, der auch auf seiner Position ja als großes Talent gilt. Und Assan Uydraogo, der ist ja schon seit etwas längerem wieder im Training mit dabei, konnte ja auch am letzten Samstag gegen Paderborn wieder im Kader stehen. Und laut der Watz deutet auch vieles darauf hin, dass Assan Uydraogo gegen Hertha BSC sein Comeback feiern wird und somit dann auch wieder Einsatzminuten sammeln wird. Startelf ist vielleicht noch ein Ticken früh, könnte man dann vielleicht auch darüber diskutieren, weil man ja auch ein bisschen was durch die Seegönsperre umstellen muss. Aber ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, dass Uydraogo tatsächlich vor seinem Schalke-Comeback steht. Und dann blicken wir mal auf einen neuen Bericht von der Bild-Zeitung, denn die haben mal ein paar Punkte genannt, die Karel Gerrads in den nächsten Wochen schaffen muss, wenn eben auch dann der Klastenerhalt erreicht ist. Denn natürlich gab es zuletzt zwei gute Leistungen gegen St. Pauli und Paderborn. Der Klastenerhalt ist noch nicht fix, aber durchaus in Reichweite. Aber natürlich geht es auch deswegen schon jetzt darüber hinaus darum, Schalke aufzubauen für die neue Saison. Und deswegen hat die Bild-Marte beschrieben, was Karel Gerrads jetzt sofort schaffen muss. Und auch wenn es sozusagen nur Ansichten der Bild-Zeitung sind, fand ich es mal ganz interessant, die Punkte auch hier durchzugehen. Denn zum einen muss Karel Gerrads laut der Bild-Zeitung dann auch ein Aufstiegsgerüst bauen. Denn manche Profis, wie zum Beispiel Lasme und Kabadai, sind immer noch nicht komplett angekommen. Dazu wurde eben auch dann zu lange auf die falschen Namen wie Baumgartel vertraut. Und deswegen muss eben auch schon jetzt ein guter Kader für die neue Saison entstehen. Und deswegen sollte Karel Gerrads laut der Bild-Zeitung auch schon jetzt einen klaren Kern entwickeln, der die Bundesliga-Rückkehr eben auch dann mittelfristig möglich machen kann. Und da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung der Bild-Zeitung, das ist ein wichtiges Thema, auch wirklich dann, wenn der Klastenerhalt gelungen ist. Und von dem Szenario geht man in diesem Bericht aus, dass er eben auch dann erst recht schon jetzt ein Gerüst aufbauen wird für die kommende Saison. Macht ja auch auf jeden Fall Sinn. Und dahingehend macht es eben auch Sinn, laut der Bild-Zeitung eine Schalke-Spielphilosophie zu installieren. Denn Karel Gerrads hat es ja durchaus geschafft, zumindest mal in den meisten Spielen unsere Defensive zu stabilisieren. Plus auch die Mannschaft, vor allem auch in Heimspielen, mental wieder auf eine gute Ebene zu bringen. Aber, und auch da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass im Spiel mit dem Ball noch eine klare Philosophie fehlt. Und das ist ja etwas, was wir Fans uns auch schon seit Jahren wünschen, dass endlich mal wieder ja das Spielerische in den Fokus rückt. Und auch da ist natürlich dann Karel Gerrads gefordert. Zudem sollte er laut der Bild-Zeitung auch eine Aufbruchsstimmung erzeugen. Denn auch wenn eben dann die Rettung geschafft ist, muss sich eben auch dann die Truppe bis zum Schluss vernünftig präsentieren, dass intern wie extern eine neue Aufbruchsstimmung entsteht. Und auch das ist natürlich ein Thema, was nicht unwichtig ist und auf jeden Fall gut sein kann für die neue Saison. Und was auch gut sein kann, ist das Thema Konstanz. Und auch da ist die Bild der Meinung, dass Karel Gerrads dann hier gefordert sein wird. Denn in der aktuellen Saison wechseln sich ja wirklich die Guten mit den schlechten Leistungen bei Schalke ab. Und von Konstanz ist eben bislang nichts zu sehen. Und damit muss eben auch Schluss sein, um dann ab Sommer wirklich eine vernünftige Mannschaft auf die Beine stellen zu können. Also ein durchaus, wie ich finde, interessanter Bildbericht. Natürlich mit von derer Seite natürlich auch dann persönlichen Vorschlägen, die aber, wie ich finde, wirklich Sinn machen. Und wo eben auch dann Karel Gerrads ansetzen sollte, wenn der Klassenerhalt gelungen ist. Und hätte man vielleicht auch dann den Klassenerhalt schon frühzeitig sicher, würde das natürlich auch die Planungen erleichtern für die kommende Saison. Und da gibt es nun eine exklusive Recherche von den WATZ-Reportern. Und da wurde es jetzt mal sehr interessant, dass es hier wohl eine Entscheidung geben wird über unsere Klub-Zukunft am morgigen Donnerstag. Das ist eine brisante Story, die die WATZ dort rausgefunden hat. So haben sie es zumindest selber angeteasert. Und ich wollte natürlich heute auch deswegen mit euch darüber sprechen, weil es ein Thema ist, was gestern Abend reingeflattert ist, bei vielen Schalke-Fans für Diskussionen sorgt und jetzt auf jeden Fall natürlich auch mal hier besprochen werden muss. Es ist auf jeden Fall so, dass am morgigen Donnerstag die Stadt Gelsenkirchen oder besser gesagt der Tagende Hauptausschuss Tagen wird. Und da geht es eben auch um die Zukunft von Schalke 04. Denn es gibt eine Beschlussvorlage. Das hört sich erstmal alles jetzt sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr sachlich an. Aber, und vielleicht auch ein bisschen trocken, aber ich hoffe, ich kann es euch halbwegs vernünftig rüberbringen. Denn diese Beschlussvorlage, wo es eben um Schalkes Zukunft geht, die liegt der WATZ vor. Und da geht es grundsätzlich um Beteiligungen der Stadt und der Stadttochter der Stadtwerke Gelsenkirchen am FC Schalke 04. Und darin steht beispielsweise, wenn der FC Schalke 04 tatsächlich absteigen sollte, sprechen die finanziellen Rahmenbedingungen zunächst einmal deutlich gegen die Erteilung einer Lizenz für die Teilnahme im Spielbetrieb der dritten Liga und damit für ein nahezu zwangsläufiges Insolvenzverfahren. Sprich, in diesem Bericht geht man davon aus, wenn Schalke absteigt, ist dieser Klub nahezu am Ende. Und diese Geschichte von der WATZ zeigt logischerweise auch nochmal sehr gut auf, wie Stadt und Verein verbunden sind, emotional, aber natürlich auch wirtschaftlich. Denn unser Verein ist davon abhängig und genau darum geht es, dass die Stadt wiederum, und genau das sollen die Lokalpolitiker beschließen, diverse Darlehen und Optionen weder zieht noch zurückverlangt. Denn genau das ist in diesem Jahr 2024 möglich. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch die Stadt dafür abhängig, dass das Aushängeschild der Stadt, und das ist eben der Fußballverein, nicht in die Insolvenz geht, damit auch nicht eigenes Geld verloren geht. Und das ist auf jeden Fall das Grundsätzliche, worum es dann auch morgen am Donnerstag gehen wird. Und es ist eine wirklich auch komplexe, langjährige Geschichte. Die Geschichte begann 1998 zum Baubeginn unserer Arena, denn da wurde dann eben auch eine Beteiligung der Stadtwerke abgeschlossen. Inzwischen beläuft sich das bilanziell abgebildete Engagement in Summe auf ca. 26,6 Millionen Euro. Das ist in der Vorlage ganz klar nochmal so klar geworden. Um diese Summe handelt es sich. Das ist unterteilt in zwei Teilkommanditanteile, zwei Darlehen und ein Vereinbarungsdarlehen. Den höchsten Anteil übrigens macht eine Finanzspritze aus, aus dem Jahr 2009, als Felix Magath als starker Mann des Vereins geholt worden ist und später auch gesagt hat, dass unser Verein damals in einer ganz schwierigen Situation war. Aber durch diese städtische Hilfe seien eben damals die nächsten Jahre gesichert worden. Das hat auch unser Ex-Finanzvorstand Peter Peters 2009 klargemacht. Und das waren eben auch ab dann diese Jahre, wo Schalke unter der Führung von Peters, von einigen Sportchefs und eben auch Ex-Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies vor allem unter dem Motto Wetten auf die Zukunft regiert wurde. Auch das hat die Watz hier nochmal genau so formuliert. Die Stadt Gelsenkirchen wiederum, die hält selbst seit 2006 eine stille Beteiligung in Höhe von rund 10,2 Millionen Euro an unserem Verein. Also es geht hier wirklich um eine beachtliche Millionensumme und dort gibt es eben aktuell auch ein akutes Problem. Denn die Stadtwerke und die Stadt könnten laut der Watz nun zumindest mal Teile von diesem Geld zurückverlangen. Die Stadtwerke nämlich haben eine gewisse Verkaufsoption und die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke soll eben nun beschließen, dass man dieses Engagement bis 2029 verlängert. Damit würde man nicht Gebrauch machen von dieser Verkaufsoption und das dürfte dort der Watz auch funktionieren, denn der Stadtwerke-Chef Harald Förster sitzt im Aufsichtsrat der Schalker. Also das sollte auf jeden Fall klappen. Aber die Stadt selber, die könnte ihre stille Beteiligung, die liegt ja wie gesagt bei guten 10 Millionen Euro, zum 31. Dezember 2024 kündigen und dann müsste Schalke dieses Geld, diese 10 Millionen Euro über sechs Jahre zurückzahlen. Die Beschlussvorlage sieht nun auf jeden Fall vor, auf die Kündigung zu verzichten und genau das soll eben morgen entschieden werden. Deswegen geht es eben laut der Watz morgen um unsere Club-Zukunft, um die Schalke-Zukunft, wenn die Stadt beschließen sollte, dass Schalke das Geld zurückzahlen muss, dann wird es auf jeden Fall natürlich auch dahin geht, nochmal schwierig, 10 Millionen Euro über sechs Jahre zurückzuzahlen. Das würde nochmal das ganze Budget natürlich extrem schmälern. Und auf der anderen Seite will aber die Stadt das eben nicht, trotz der prekären finanziellen Lage der Stadt selber. Und die Begründungen dafür sind laut der Watz auch durchaus brisant. Und da steht Folgendes in dieser Beschlussvorlage. Bei dem Gesamtengagement Schalke 04 handelt es sich um eine mittlerweile erheblich risikobehaftete Transaktion, die nicht beendet werden kann, ohne die Werthaltigkeit der bestehenden Forderungen massiv zu gefährden. Das heißt dann laut der Watz, wenn Schalke in Insolvenz gehen müsste, dann würden Stadtwerke und Stadtsummiert eine zweistellige Millionensumme verlieren. Und zudem wäre die Stadt auch dann gezwungen, unsere Arena, das Stadion, in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Und natürlich wäre auch klar, dass die Stadt natürlich einen emotionalen Verlust hätte mit dem Verein, wenn eben dann diese Insolvenz passieren würde. Und dieser Beschluss der Stadt, der eilt auf jeden Fall. Denn es ist, wie gesagt, auch ein sehr wichtiges Thema für Schalke selber, für unseren Verein. Denn am Freitag, jetzt an diesem Freitag, muss Christina Rülhamers als Vorstand Finanzen die Lizenzunterlagen bei der DFL einreichen. Und am Montag wird dann auch der Jahresabschluss für 2023 vorgestellt. Und natürlich wäre es dann wichtig, wenn die Stadt entschieden hat, dass man eben diese Rückzahlung von mehreren Millionen nicht verlangen wird. Und trotzdem gibt es auch nochmal aufmunternden Worte von der Stadt Gelsenkirchen. Es wird damit gerechnet, dass der Schalke-Konzern in den nächsten Jahren die finanziellen Verbindlichkeiten reduzieren kann. Und deswegen ist auch das womöglich nochmal ein Grund, von der Stadt Gelsenkirchen zu sagen von den Stadtwerken zu sagen, wir verzichten jetzt erstmal darauf, Millionen zurückhaben zu wollen. Aber daran sieht man eben auch nochmal, wie zerbrechlich die ganze finanzielle Lage auf Schalke einfach ist. Deswegen ein sehr interessanter Bericht, wie ich finde, von der Watz, den sie hier jetzt nochmal rausgebracht haben. Am Ende legt das für mich einfach nur nochmal, wie gesagt, da, wie kompliziert die ganze Geschichte einfach ist. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Schalke diese Millionen erstmal nicht zurückzahlen wird, weil, wie gesagt, die Stadt dann selber auch gewisse Probleme logischerweise hätte. Und deswegen ist es aber trotzdem natürlich ein brisantes Thema, über das man hier logischerweise auch deswegen mal sprechen sollte. Und dann kommen wir nochmal ganz kurz zum sportlichen und zum Spiel gegen Hertha BSC, denn dort treffen wir auch auf einen Spieler, der mal bei uns in der Knappenschmiede war. Denn Fabian Rehse ist in unsere U19 oder U17 gewechselt, besser gesagt, aus Holstein-Kiels U17 im Jahre 2013 und wurde auch dann bei uns zum Profi. Mittlerweile kennt sicherlich jeder Fabian Rehse, der ein bisschen die zweite Liga verfolgt, denn der spielt ja bei Hertha BSC eine beeindruckende Saison. In 26 Pflichtspielen konnte er 10 Tore erzielen und 12 Tore vorbereiten. Und deswegen ist er natürlich auch wegen seiner Art und Weise, wegen seinem Engagement, wegen seiner Power, der Top-Spieler bei der Hertha. Und der 26-Jährige ist ja im letzten Sommer ablösefrei zu Hertha BSC gewechselt und das war natürlich im Nachhinein auf jeden Fall ein klarer Transfer-Coup. Bereits im Januar 2023, wo noch nicht klar war, in welcher Liga Hertha spielen wird, gab es ja diese ablösefreie Verpflichtung, die bekannt geworden ist. Und die Konkurrenz im Transfer-Poker war groß. Denn auch unter anderem Schalke war tatsächlich an Fabian Rehse interessiert. Das ist ein Thema, was viele Schalke-Fans auf jeden Fall schon seit längerem beschäftigt. Ja, warum hat denn Schalke im letzten Sommer Fabian Rehse nicht zurückgeholt, wenn er den Klub schon kannte, ablösefrei zu haben war, man einen Neuaufbau machen wollte und auch Thomas Reis gerne Flügelspieler haben wollte. Warum gab es dort keine Einigung mit Fabian Rehse? Und war Schalke überhaupt daran interessiert? Und die Watz hat jetzt auf jeden Fall berichtet, dass auch Schalke an einen Transfer von Fabian Rehse gedacht hat. Somit kann man erstmal kurze Zeit durchatmen, um zu sagen, okay, Schalke war tatsächlich an ihm interessiert. Es wäre schlimm gewesen, wenn man das irgendwie nicht im Auge gehabt hätte. Schalke hat sich sogar zu den Gesprächen mit seinem Berater getroffen, aber es kam logischerweise nicht zu einem Vertragsabschluss. Denn Hertha BSC war in den Verhandlungen einfach extrem viel dran und hat Rehse auch einfach eine gute Perspektive aufgezeigt. Schalke wusste ähnlich wie Hertha BSC in dem letzten Winter eben nicht, in welcher Liga es weitergeht. Plus man hatte eben auch dort das Wintertransferfenster ganz da im Fokus mit Transfers wie Moritz Jens, Michi Frey, Tim Skake, Eder Ballanta und Co. Darum hat man sich einfach da gekümmert. Rehse selber hätte sich laut der Watz eine Rückkehr zu Schalke durchaus vorstellen können, nachdem es ja zuvor nicht so richtig funktioniert hat. 2015 hat er ja sein Bundesliga-Debüt bei uns gefeiert unter Markus Weinzierl. Insgesamt hat er 16 Pflichtspiele absolviert für Schalke 04 und dann wurde er erst zu Karlsruhe verliehen, dann zu Kreuter Fürth und am Ende dann für eine untere sechsstellige Summe abgegeben an Holstein Kiel und natürlich war das im Nachhinein ärgerlich. Aber Gerald Asamor hat auf jeden Fall auch noch einmal erklärt und gegenüber der Watz gesprochen, wie es dann eben auch in Summe dazu gekommen ist. Heute könnten wir ein Fabian Rehse in der Mannschaft gebrauchen. Klar, hat Asamor gestern auf jeden Fall auch noch einmal zugegeben, aber damals ist natürlich auch Fabian Rehse kein Unterschiedsspieler der zweiten Bundesliga gewesen, plus wir haben auch noch Bundesliga gespielt. Wir hatten damals auf den Flügelpositionen Spieler wie Kalin Juri, Schöpf, Matondo, Harit oder Rahman und auch Gerald Asamor hat eben noch einmal klargemacht, dass es damals einfach noch nicht gepasst hat. Man hat zwar immer gesehen, dass Fabian etwas drauf hat, aber man muss die Frage stellen, ob Fabian diese Entwicklung auch auf Schalke so genommen hätte. Als er da war, war Schalke noch Erstligist. Wir hatten andere Spielertypen. Bei Fabi war der Weg richtig. Bei ihm hat eine tolle Entwicklung stattgefunden. Denn Bollstein Kiel konnte sich eben an Rehse in aller Ruhe zu einem Topspieler der zweiten Bundesliga entwickeln. Das wäre auf Schalke sicherlich nicht möglich gewesen. Deswegen kann man glaube ich schon sagen, dass Schalke da ist auf jeden Fall, wenn verpennt hat, frühzeitig hinter Fabian Rehse her zu sein, um ihn eben dann zurückzuholen. Die Entwicklung als solche ist aber natürlich auch dann so geklappt worden, weil er eben auch bei Kiel sich wirklich in Ruhe entwickeln konnte. Und trotzdem weiß eben auch Asamor um die individuelle Qualität. Bei Hertha ist er der Spieler. Sie haben eine Mannschaft um ihn herum gebaut und man sieht jede Woche, wie stark er ist. Und trotzdem natürlich schade, dass wir einen solchen Spieler letzten Sommer nicht ablösefrei zurückbekommen haben. Aber immerhin wurde sich auf jeden Fall dann darum bemüht. Und somit waren das also die aktuellen S04 News des Tages. Und heute habe ich dann mal zum Abschluss auch eine Community-Frage mitgebracht, die ihr gerne mal in den Kommentaren beantworten könnt. Denn gestern hat Kutte95 einen solchen Kommentar geschrieben und mir vorgeschlagen, hau doch mal am Ende eines jeden Videos eine Frage raus an euch Zuschauer, die ihm auch dann in den Kommentaren beantwortet werden kann. Und da sprechen wir heute eben dann am besten mal über die Personalie Asan Uedraogo. Sollte er vielleicht sogar gegen Hertha wieder in der Startelf stehen. Er ist sicherlich fitnesstechnisch noch nicht so weit für 90 Minuten, aber vielleicht könnte er eine Halbzeit hinbekommen. Also glaubt ihr, dass das vielleicht die richtige Entscheidung wäre, Uedraogo Sonntag direkt mal wieder in die Startelf zu packen. Ansonsten könnt ihr logischerweise auch mal gerne eure Meinung zu den anderen Themen in die Kommentare schreiben und auch eben in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee findet. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool und wirklich auch dann über ein Thema von dem, was ich ja jeden Tag auch hier in den News-Videos präsentiere, nochmal gezielter diskutieren zu können. Also eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.